Dann die ABBA Revival Band an Bord gehabt, Super Trooper ist wieder gut angekommen, der Saal wurde gerockt und insofern war das also eine tolle, tolle Sache. Aber darüber hinaus dann eben auch viele Künstler hier an Bord gehabt, die stets und ständig dann zur Verfügung waren und das Programm dann hier begleitet haben. Also ich bin einfach sehr dankbar, sehr glücklich, dass wir so eine schöne...